Ja, der zweite schon, die Nacht. Das ist unser Mittag. Den machen wir uns mal zurecht. Da haben wir jetzt zwei. Die setzen wir auch nicht wieder zurück. Das sind Laichräuber, nicht zu knapp. Ihr seht, bei einem Fisch der Größe, der hat überhaupt kein Problem damit, so eine Forelle zu attackieren. Hängt genauso zuverlässig wie der Wels. Und Kraft hat er in Kiefer. Wie ein Schraubstock. Oh, wie ein Schraubstock. Was für ein Fisch. Das Größte, was ich selber mal hatte, war beim Karpfenangeln mit etwas über 1,10 Meter. Der ist jetzt noch ein bisschen drunter. Macht's man auch nicht auf. Zeigen